Das Schwarzenberger Rathaus bekommt einen Anbau. Am Donnerstagnachmittag trafen sich Vertreter der Stadtverwaltung und der am Bau beteiligten Unternehmen, um für die Nachwelt eine Kapsel mit Zeitdokumenten ins Mauerwerk einzubringen. Bevor Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer zur Tat geschritten war, erläuterte sie die Ziele der Baumaßnahme und blickte auf die Geschichte des Hauses. Mit dem Bau soll im Erdgeschoss ein modernes Bürgerzentrum geschaffen werden. Außerdem entsteht ein zweiter Rettungsweg. In Schwarzenberg steht das Rathaus am Rande der Altstadt. 1861 als Baumwollspinnerei erbaut, wurde das Objekt nach einem Umbau am 14. Mai 1930 als Rathaus eingeweiht. Der Plan der jetzigen Baumaßnahmen sieht vor, dass die ausgelagerten Bereiche der Schwarzenberger Stadtverwaltung bis Mai 2019 wieder ins Rathaus einziehen können.